Wie Pili-Pili-Janius. Pili-Palli. Diese römischen Wörter. Pili-Pili-Palle. Pili-Janius. Einer der beiden Pili. Denn einer der beiden Plinianiuse. Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rund um die Welt mit Büchern die Welt entdecken. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, wenn wir uns heute auf die Reise begeben nach Italien. Denn die letzte Wahl fiel auf einen Ort in der Mitte von Italien, nämlich genau genommen in die Nähe von Neapel. Und ich habe mir die Freiheit genommen und mal 10 Kilometer südlich von Neapel einen Ort ausgesucht, an dem unsere nächste oder unsere jetzige Reise endet. Und zwar ist das der Ort Pompeji. Und Pompeji liegt ungefähr hier. Wenn das der Golf von Neapel ist, dann haben wir hier unten Pompeji. Und zwar etwas südlich des Vulkans Vesuv. Und da sind wir auch schon direkt bei unserer Geschichte. Denn der Schriftsteller Robert Harris, der uns ja vielleicht durch seine Romane Enigma und Vaterland bekannt ist, hat einen Roman geschrieben, der sich mit dem Ausbruch des Vesuvs und dem dazugehörigen Untergang der Stadt Pompeji beschäftigt. Und zwar ist das ein Buch aus dem Heine Verlag. Ein Roman. Ich würde ihn natürlich historischen Roman nennen mit einer Mischung aus Action, aus Katastrophenroman, aus Dystopie, Weltuntergang. Und ja, es ist auch eine kleine Liebesgeschichte dabei. Aber mein Format mit Büchern, die Welt entdecken, würde ja nicht so heißen, wenn wir nicht auch ein bisschen uns erstmal umschauen und schauen, in welcher Region wir uns da eigentlich befinden. Und zwar schauen wir als erstes mal auf den Vesuv. Der Vesuv ist einer der wenigen aktiven Vulkane auf dem italienischen Festland. Es gibt unten auch noch den Stromboli und den Ätna. Aber der Vesuv ist natürlich deshalb so bekannt, weil er zum Untergang einer ganzen Stadt, beziehungsweise nicht nur Pompeji ist damals untergegangen, sondern drei weitere Städte sind ebenso von der vulkanischen Asche verschüttet worden. Und deshalb macht, ja, oder das macht ja den Vesuv oder den Ausbruch des Vesuvs so interessant. Der Vesuv ist heute 1281 Meter hoch. Das war er natürlich nicht immer, denn die Kuppel wurde schon mehrere Male abgesprengt. Und es gibt wiederholt und wiederkehrende plinianische Eruptionen. Und ich sage das deshalb nicht, weil das so ein tolles Fremdwort ist, sondern weil plinianisch von einem der Hauptcharaktere dieses Buches abstammt, der Plinianus der Ältere und Plinianus der Jüngere haben in der Kaiserzeit, in der römischen Kaiserzeit, diesen Ausbruch live miterlebt und in ihren Schriften dokumentiert. Der eine hat das Unglück überlebt, der andere nicht. Wer das jetzt ist, kann ich nicht sagen, sonst würde ich einen guten Teil dieser Geschichte spoilern. Und das möchte ich nicht, natürlich nicht. Aber der Plinianus der Ältere und sein Sohn Plinianus der Jüngere spielen eine besondere Rolle in diesem Buch. Sie sind nicht die Hauptpersonen, dazu kommen wir später nochmal. Der letzte Ausbruch des Vesuvs ist übrigens noch gar nicht so lange her, sondern das war 1944. Natürlich nicht mit diesen katastrophalen Auswirkungen, aber es zeigt sich, dass der Vulkan sich immer wieder mal zu Wort meldet. Der letzte große Ausbruch allerdings fand im Jahre 79 nach Christus statt, nämlich wenn man die Aufzeichnungen der damaligen Schriftsteller und Historiker und Naturbeobachter zugrunde legt, am 24. August. Es gibt auch Theorien, wonach der Vesuv zwei Monate später ausgebrochen wurde, ausbrach, nämlich erst im Herbst 79 nach Christus. Aber dieses Buch setzt den Ausbruch auf den 24. August, denn es erzählt die Geschichte des Ausbruchs und wie es dazu gekommen ist und die Geschehnisse drei Tage vor Ausbruch des Vesuvs. Wir haben es also mit der römischen Kaiserzeit zu tun und mit einer blühenden Gesellschaft und Robert Harris beschreibt uns diese römische, ja wie soll man sagen, eine römische Dekadenz mit sehr sehr blumigen Worten, sehr ausführlich und bei der Lektüre des Buches fühlt man sich direkt in diese Zeit zurückversetzt und es ist unglaublich, wie weit entwickelt die Gesellschaft damals schon war, denn es gab damals schon Villen, es gab damals schon Herrschaftshäuser und wenn man überlegt, dass das ja alles locker 2000 Jahre lang her ist, wundert man sich auch über die Technik, die damals schon angewandt worden ist. Wir bekommen es ziemlich genau erklärt, wie zum Beispiel die Wasserversorgung funktioniert und da sind wir auch schon bei unserem Hauptakteur, der nämlich heißt, wie heißt er, Atilius. Atilius ist Aquarius und Aquarius ist eine Bezeichnung, ich würde ihn heute vielleicht Ingenieur oder Architekt nennen. Aquarius ist die Bezeichnung für diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass in den römischen Städten das Wasser fließt. Die hatten nämlich fließendes Wasser. Und Atilius ist gerade neu an seiner Arbeitsstelle angekommen, weil nämlich sein Vorgänger auf rätselhafte Weise verschwunden ist. Und plötzlich gibt es ein Problem mit der Wasserversorgung. Viele von euch wissen ja, dass es in den römischen Städten und in dem römischen Umland riesengroße Aquädukte gegeben hat und heute teilweise auch noch gibt, eine Meisterleistung der damaligen Baukunst. Und an diesem oder an einem dieser Aquädukte scheint etwas nicht in Ordnung zu sein. Und es war natürlich sehr wichtig, dass in den römischen Städten das Wasser floss, weil es Quell des Lebens war und weil es Garant dafür war, dass eine Gesellschaft funktionierte. Und so wird Atilius eben losgeschickt mit einer Gruppe von mehr oder weniger motivierten Menschen, unter anderem auch ein paar Sklaven. Und er soll herausfinden, warum das Wasser nicht mehr so sprudelt, wie es eigentlich sollte. Und dabei kommt er natürlich auch in die Nähe des Vesuvs und stellt fest, dass irgendwas hier nicht stimmt. Denn der Vesuv kündigt seinen Ausbruch an mit einer Anzahl von seltsamen Schwefelausdünstungen, mit einer Anzahl von Erdbeben, leichten Beben und so weiter. Und Atilius hat es eben halt mit zwei Problemen zu tun. Einmal weiß er nicht, was mit seinem Vorgänger geschehen ist. Das ist die Kriminalgeschichte, die Kriminalgeschichte in diesem Fall. Und ja, er versucht natürlich, das Leck in dem Aquädukt erst mal zu finden, was gar nicht so einfach ist, und dann natürlich auch das Problem zu beheben. Wie gesagt, Robert Harris beschreibt das alles in einer wunderschönen, blumigen Sprache. Man fühlt sich direkt reinversetzt in das alte Rom. Ja, man hat Teil an Gelagen. Man sieht, wie eine Kriegsflotte den Hafe verlässt. Und man erfährt auch, wie Korruption schon damals um sich griff. Es gibt halt Bürger, es gibt Sklaven. Und diese ganzen Geschichten werden sehr, sehr schön erzählt. Ein toller Historienroman. Also ein historischer Roman. So ein bisschen hat mich das an die Säulen der Erde erinnert. Weil da wird ja auch alles super schön beschrieben. Und auch diese fachlichen Sachen werden toll beschrieben, sodass man also nicht wie ein Blödmann dasteht, sondern sich das alles genau vorstellen kann. Ich habe mich auch so ein bisschen erinnert an die Päpstin, das ja auch ein sehr guter Roman war. Die Geschichte des Vorgängers von Atilius ist auch ganz spannend. Und es ist auch sehr interessant, wie sich diese ganze Kriminalgeschichte auflöst. Wer jetzt allerdings einen Roman erwartet, der sich nur mit dem Ausbruch des Vesuvs beschäftigt, der sollte gegebenenfalls die Finger davon lassen. Denn der Vesuv bricht erst ganz zum Schluss des Buches aus. Was aber überhaupt nicht schlimm ist, denn dann geht es richtig zur Sache. Es knallt, es fetzt. Der Vesuv hat, soweit ich das verstanden habe, ist dreimal kräftig innerhalb von 24 Stunden kräftig ausgebrochen. Und wenn man denkt, der erste Ausbruch war schon der schlimmste, dann sollte man vielleicht dann doch nicht weiterlesen, denn es wird ganz, ganz furchtbar. Damals beim Ausbruch des Vesuvs sind ungefähr 3000 Menschen ums Leben gekommen. Und ja, wir erleben schon diese düstere Stimmung, die nach dem Ausbruch in Pompeji vorherrschte. Aber wir erfahren auch, wie sich einige Menschen retten konnten. Und ja, interessant ist die ganze Geschichte, weil der Roman auch immer wieder Bezug auf die Schilderungen, auf die Augenzeugenschilderung eines der beiden, jetzt muss ich nochmal eben gucken, wie sie hießen, denn einer der beiden Plinianiuse überlebt das Unglückjahr und schildert dann seine Beobachtung. Also, es hat richtig Spaß gemacht, das Buch. Und es ist für alle, was die gerne historische Romane lesen, Es ist eigentlich eine Pflicht, weil es ist wirklich so toll beschrieben, so dekadent und so herrlich, teilweise auch richtig poetisch beschrieben. Keine simple Aneinanderreihung von Sätzen, sondern man kann schon in der Sprache schwelgen, finde ich. Und es ist auch spannend. Es ist ein richtig spannendes Buch, obwohl man ja im Grunde weiß, was am Ende des Buches auf uns zukommt. Aber vielleicht macht auch das gerade die Sache so spannend, Ich meine, in Titanic haben wir auch alle da gesessen und haben an den Fingernägeln gekaut, obwohl wir eigentlich genau wüssten, wie das Buch endet, beziehungsweise der Film. Naja, also für mich eine richtig tolle Leseerfahrung. Und als historischen Roman würde ich glatt sagen, dass der ist wirklich vier Sterne wert und eine absolute Leseempfehlung. Und jetzt schauen wir doch einfach mal, ich räume kurz um, wo wir das nächste Mal landen werden. Ich hoffe wieder an einem so interessanten Ort wie Pompeji er ist. Was machen wir hier? Pritzi ist immer ganz nervös, wenn ich hier umbaue. So, und da haben wir schon die Weltkarte und ihr werdet mich wieder hier ein paar Meter zurückstellen und die Augen schließen und wild drauf los donnern. Und da haben wir schon einen Treffer. Jetzt schaue ich mal, was das ergeben hat. Und ihr kommt natürlich mit. Zack, zack, zack. Wo geht's hin? Wir sind gelandet in Nigeria. Und zwar Enugu, Abuja, Ibadan, Lagos. Da irgendwo geht unsere nächste Reise hin. Ein Buch aus Afrika. Ja, beim nächsten Mal reisen wir auf den schwarzen Kontinent, nämlich nach Nigeria. Naja, ich werde mich mal auf die Suche begeben nach einem schönen Buch. Wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr einen Roman aus Nigeria kennt, vielleicht sogar einen Roman, der da so in diesen Orten spielt, wäre ich froh, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Ansonsten werde ich mich natürlich auch nochmal umschauen und gucken, was uns da so erwartet. Und ja, ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Und ich freue mich auch, wenn ihr Kommentare da lasst. Und bis wir uns wiedersehen, wünsche ich euch alles Gute. Habt viel Spaß bei allem, was ihr macht. Genießt das Wetter, sofern es bei euch schön ist. Hier ist es saukalt. Es ist Herbst im Oktober, im August. Aber ich bin schon ganz durcheinander. Und ja, ich will auch gar nichts mehr erzählen. Bevor nämlich noch mehr Mist rauskommt, sage ich Tschüss.